Ich hab' nicht mehr gespielt gefühlt. Ja, du musst ja nix, also, keine Ahnung, du musst handeln können, aber mehr auch nicht. Also, nicht so wie schon, aber... Äh, Mitteilungen. Du hast eine Einladung erhalten. Jallareinda. Trinken, boah, eigentlich muss ich mir noch Schippes holen. Soll ich mir eben Schippes holen? Ey, Jungs, lass mal anfangen, ich geh' gleich ins Bett. Geh' gleich ins Bett. Ja, aber das Match wird noch zu Ende spielen, oder nicht? Ja, keine Ahnung, ich denk' ich bleib' mir so bis 0 online. Ja, ja, drei, vier Stunden wird schon dauern. Ach, du Scheiße. Nee, das ist aber auch gar nix für mich, ne. Ich hab' halt kein Bock mehr, ich mach' den Mann. Also, ich glaub' Monopoly hat weniger mit Skill als mit Glückstun. Ja, Jungs, wir müssen erklären, wie das funktioniert. Okay. Ah, Tanduk, let's go. Wir sind einfach... Einfach, beide zählen. Ding. Pole Position. Ach, Digga, ich denk' ganz nett Lila bin ich, weil ich gestern Lila war. Scheiße. War ja vorgestern? Haha, ey, das ist meine Katze versenkt. Der Schubkarre aber auch. Jungs, ihr müsst' mir ein bisschen was erklären, wie ich was kauf' und so weiter. Nee. Das steht da alles. Also, unten steht eigentlich alles. Guck. Du siehst das ja jetzt auch, was Emil drückt und so. Also, es ist wirklich... Das Game ist wirklich selbsterklärendes. Fuck. Auktion. Okay, Jalla. Das ist jetzt Auktion. Also, Karl, du kannst unten 1 Dollar bieten, 10 Dollar bieten und 100 Dollar bieten. Und der, der halt am meisten bietet, gewinnt, obvious. Aber du kannst auch zurückziehen halt. Und dann... Ne? Okay. Äh... Ach, kaum. Joa, okay, okay, nee! Nee, 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 nee! Nee! Super! Ich kann doch schnell raus. Ja. Ich hab' auch überlegt, ob ich direkt am Anfang 100... Äh... Dings soll hab' es mir aufgemacht, dass der... Preis von dem Ding insgesamt nur 100 ist. Ja, ja, ja. Das ist so... Das ist so... Todesdumm gewesen. Sieben. Ist das der Bahnhof? Ja, ja. Och, nee! Den hol' ich mir. Hier hab' ich genug Geld. Bahnhof ist ne gute Verhandlungsgrundlage, Karlis. Ja, das war. Warum ist Emil, wenn wir so leise sind? Das ist scheiße. Ey, ich find das so eine... So eine wichtige Funktion, dass man sich gegenseitig laut und leiser stellen kann. Das glaubt ihr gar nicht. Ah, perfekt! Geh' ins Gefängnis oder was? Ne, rücke vor bis Schlossallee. Was auch immer passiert, geben sie nicht auf! Hm? Der ist sogar hier weiter hinten gewesen. Was hat Luke jetzt gekauft? Ah, noch ein Bahnhof. Ne, er hat, äh, Karte gezogen, rücke vor bis zum Südbahnhof. Und gleich wieder die 200 weg. Perfekt! Das ist halt zu bieten. Aber wenn du's kaufst, dann hast du's gekauft. Du hast mal die Option, ob du's selber kaufen willst oder die Option machen willst. Da kannst du aber immer noch kaufen. So, guck mal, ich kann halt jetzt Auktion oder halt kaufen. So, aber ich kauf halt. Das, äh, du die halt aus Luck einfach alle bekommst, so. Okay. Und deswegen, äh, gibt's halt dann die Funktion Handeln, aber das bietet sich halt erst an, wenn alle Straßen weg sind, quasi. Hä, lass mal, wenn wir uns treffen, Monopoly spielen. Monopoly bockt eigentlich voll. Das heißt Monopoly. Aber, ja, lass, hab ich safe Bock. In Real-Life Monopoly noch geil eigentlich. Ne, weiß ich nicht. Also, aus Abhol, da muss man selber rechnen, das ist ein bisschen scheiße. Ich seh' auch. Och, das ist halt auch manchmal geil, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du irgendwie... ne, ne, ne Straße wegschnappen willst oder so. Allerdings sind halt 400 Dollar auch halt krass, äh, nicht geil, so. Och, neee! Ah, alter Emil macht die Bahn weg, dann. Naja, ich muss es machen, wenn ich auf keine Straßen komme. Mach mal! Ja, beruhigend. Ich hab den Typen so leise gestellt, er ist trotzdem so laut. Nö, bei mir nicht, bei mir ist das doch schon leise. Das Problem war, dass ich ihn nicht leise gestellt hab. Perfekt. Das ist äußerst kritisch. Ist halt scheiße. Wen? Wen? Ja, der Einzige, der rumschreit wie ein Idiot, Digga. Jungs, ist irgendjemand anders sonst immer, äh, die Schubkarre? Nö, Schubkarre ist keiner. Luke war immer das Schiff, Emil war immer Auto. Tom? Äh, Tom, gut, okay, als wir gestern geschrien, war Tom auch Schiff. Dann handelt es sich um Verrat. Aber es gibt noch Hund, es gibt noch... Keine Ahnung. Nö, Tom war... Ach so, er war gestern Schiff! Hm. Das wird ein Nachspieler irgendwie geben, Alter. Egal, Luke, du musst einfach immer die Lobbys machen, dann passt. Rückkehr zur Schlossallee vor. Ne, Operplatz. Toll! Direkt verloser auch noch, Scheiße. Musst du was bezahlen, wenn du ins Gefängnis kommst? Ne, ne, also du kannst dich aus dem Gefängnis rauskaufen. Werden sie das sein? mach' immer an Lamanursalee,清-iger, oh, Col, das ist echt verdrückt! Let's go, ich hab für irgendwas 120 ausgegeben. Ich weiß nur nicht für was. Ja, es ist die zweite schlechteste Straße im Game Ste deliver kostet normalerweise 60. Egal. Gehen sie ins Gefängnis... Nein, Opernplatz, Rückkehr vomzoperplatz. Ja, oh mein Gott, was? Hä? Wie gut. Alter. Ey. Hm. Nö, werd ich nicht. Ich drück einfach kein X, sag fertig. Naja, wenn du es halt öfters gespielt hast. Und du siehst an den Karten, du siehst ja mal die Karten. Also da ist ja mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ey, guck mal, das ist jetzt das, was eingedreht ist. Guck mal, Karl. Jetzt kannst du entweder dir aussuchen, ob du auf ein random Feld dich porten willst, oder ob du halt 400 Dollar bekommen möchtest. Gibt es schon noch Bahnhöfe? Ja, nee, ich suche mein Feld aus dem Kauf, mit teures Feld. Ein Bahnhof, du kannst dich auch durch das Schlossallee porten. Schlossallee ist schon strong, ja. Also wenn die andere auch noch bekommst, halt ob du es machst. Ah, ist halt auch dick teuer, ne? Aber jetzt am Anfang hat man eh noch Geld. Also ich finde Schlossallee immer sehr geil persönlich. Auch wenn es halt selten ist, dass da wird drauf, kein Haus. Aber der kommt ja danach wieder auf los, Alter. Ja, genau. Und du kommst jetzt halt direkt wieder auf los. Das heißt, das ist halt auch so toll. Boah, ich hab was voll Kluges gemacht. Geil. Ja. Super, Alter. Und ich lande im Knast, Alter. Eben ist auch auf Schloss. Eben ist fast auf mein Feld gekommen. Ja. Hm. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt die Parkstraße, oder? Das hat sich doch gut gefallen. Da kannst du mit Skal handeln. Oder kaufst du den dritten Bahnhof, das wäre, glaube ich, smart gewesen. Dieses Grundstück steht zum Facken. Das wäre nicht so smart, Alter, dann wären wir alle am Arsch. Wieso, was ist denn bei Bahnhöfen? Was ist denn der... Äh, Bahnhof ist... Denkt ihr, ich kann jetzt reingehen und mir die Piccoli nichts in den Ofen hauen? Oder ist das assig? Na, keine Ahnung, bei mir ist ja auch so leise... Ach, toll, Alter. Das bringt mir jetzt ja auch sehr viel, Alter. Danke, Spiel. Nee, wenn du, wenn du... Fuck, hab meine Escape nicht. Meine Shift-Taste weggeholt. Und jetzt krieg ich kurz unseren Tisch und meine Shift-Taste wieder zu. Perfekt. Oh, sie ist sogar unter der Heizung, Digga. Zahle jedem 50. Nee, du hast ein schöner Zettberg. Ich bin schon wieder, wie schlecht. Hm, bestimmt. Das Glück ist Ihnen heute. Ja, endlich. Ich sag' echt, der Sprecher ist manchmal schon gut toxic, sag' ich dir ehrlich. Ist einfach brav. Moin, Nachbar. Ach, komm. Ihr seid der Zweiter. Ey, das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Nee. Hey, ich krieg Cash. Ja, 14 Dollar. Das Bilo-Grundstück hat sich ausgezahlt. Anstelle von... Das geht sich aus. Oh, nein. Okay, all good. Das ist doch, Karl ist los. Das zahlt sich aus. Ich komm drauf. Ich glaub, ich musste vier Dollar zahlen oder so. Let's go. Let's go. Ja, klar. Ey, hast du vor den 170 schon mal vier runter? Sag, geil. Ist für ihn auch 176. Äh, 167... Nee, 166. Und dich nächst immer noch freikaufen oder dich instant freikaufen oder du kannst dich auch gar nicht freikaufen und hoffen, dass du dreimal nacheinander würfelst. Okay. Was ist los, Emil? Okay. Ein Dollar, bitte. Ja, was suchst du? Du kriegst halt... ...ne vollendete Straße hin und kannst dann Häuser bauen. Jetzt kannst du entweder das akzeptieren, Gegenangebot machen oder es ablehnen. Ach komm, I-Mail verarscht mich, deswegen akzeptiere ich das mal. Ja, nice. Guck mal, jetzt hast du ein paar Dings und genau. War doch ein guter Deal. Weiß ich nicht, ob das so ein guter Deal war. Ich schaue das Lachen von Emil einfach ein bisschen. Ein bisschen sass, ne? Ich schaue das Lachen von Emil einfach ein bisschen. Ich schaue das Lachen von Emil einfach ein bisschen. Ich schaue das Lachen von Emil einfach ein bisschen. Ich schaue das Lachen von Emil einfach ein bisschen. Ich schaue das Lachen von Emil einfach ein bisschen.